ja hallo freunde herz Willkommen Leute herz Willkommen heute ist Miami da Heute hab ich mal gesagt Schau mir mal Deine Story Du bist Judo Star hab ich meine Zettel noch hier Zwei mal Frontess vorne Cool Und du hast 50 Witze drauf Was? Du hast ein bisschen Das ist doch schön Ich liess immer da ruh Und du hast Mama Klamis Oh je Hör bloß auf Scheiße Ich noch was Und du hast letztmal eine Freundin Wo bist du denn Deine Freundin geblieben? Und du hast Und du hast Kendi klar Und Ich hab das mal am Anfang gezählt Also ich hab mal Fragen an dich Kendi hast du mal gezählt? Ja Du bist ein Swiss Judo Star Und du hast cool Art Genau Du bist ein Swiss Aber eine Frage an dich Kannst du in Berlin Mal Fifa Joggen Und ich hab eine Frage an dich Hast du Blaze Gäste Oder Xbox Oder Switch Nur eine Frage Und Ähm Ja Ich hab das wohl Sag mal Jummi Du laufst immer Ähm Kugelbitt Ähm Nicht Nachher Und du hast Keinen Songs FIFA Und Ich hab Ähm Du bist ein Ähm Ja Kendi ist ein Minecraft Fans Warum es wir hier nicht mal sammeln Dass sie Flüssig Wird Aber Eine Frage Immer Aufwärts Ähm Genau Dürfen Hast du es Lambo Oder Toyota Ähm Meine Frage D Ja Okay Ich weiß es Äh Du Ich 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 Und Ja Ich Sag Du Hast Tolle Ähm Und ich Sag Du bist der Beste Judo-Meister allerzeit. Aber ein Problem ist immer, wie lustig bist du. Ja, du bist richtig lustig. Ich lade mich abutt. Warum? Ohne, ich muss sagen. Ich habe lange. Ne, wie du mit der Kanky-Uns-Song. Ich sage so, du bist der Tröste Judo-Meister der Welt. So, danke dir und viel Anleitung auch. Du bist der Tröste Judo-Meister allerzeit. So, das war's heute. Superstar. Ich mache so und ciao. Applaus Applaus